Hallo, hier ist Christian und im heutigen Video werfen wir mal einen ausführlichen Blick auf das Oppo Find X2 Neo. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 599 Euro hat Oppo ein sehr interessantes Paket geschnürt. Dazu zählen unter anderem Snapdragon 765, 12 GB RAM, eine Vierfachkamera und Stereo-Lautsprecher. Ob es sich aber auch im Alltag beweisen konnte, das seht ihr in den folgenden Minuten meines Videos. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß! Reden wir über das Design und die Verarbeitung. Hier bekommt der Kunde in allen Belangen Altbekanntes zu Gesicht. Zum einen was das Design angeht, auf der anderen Seite hinsichtlich der Verarbeitung. Beim Design sieht man sehr starke Anlehnung an Huawei oder Samsung Smartphones, leicht gebogenes Display, matter Rahmen, Lochnotch oben links und ein mit grün abgesetzter Powerbutton gefallen mir außerordentlich gut. Zudem wirkt das Gerät mit 7,7 mm in der Dicke, lediglich 72 mm in der Breite und einem Gewicht von 171 g sehr filigran. Auch die Verarbeitung lässt nichts zu wünschen übrig und vor allem die auf gleicher Höhe platzierten Buttons gefallen mir super gut. Unten findet man USB-C, ein Schub für SIM, Mikrofon für Telefonie und einen der beiden Lautsprecher. Ein zweiter sitzt im Grill zwischen Displayrahmen und Glas. Oben gibt es noch ein weiteres Mikrofon für Geräuschunterdrückung. Beim ersten Kontakt mit dem Smartphone werdet ihr wirklich zufrieden sein, da es nicht nur gut aussieht, sondern sich auch toll anfühlt. Was es leider nicht kann bzw. hat IP-Zertifizierung. Angetrieben wird es von einem Snapdragon 765G, dazu 12 GB RAM und 256 GB Speicher. WiFi-RC gibt es, dazu Bluetooth 5.1, NFC und die Tatsache, dass es bereits 5G fähig ist. Mehr braucht man wirklich nicht, leider bietet es aber keine Speichererweiterung. Der Prozessor ist dank des Kürzels G für den Gaming-Bereich ausgelegt, was darin resultiert, dass die Grafikleistung nochmals erhöht wurde. Auf dem Smartphone selbst findet ihr dazu den Game Space, über den sich Spiele hinzufügen und die Leistung etwas anpassen lässt. Im Alltag gibt es an dieser CPU nichts zu meckern. Mit Werten knapp hinter dem Snapdragon 855 performt es äußerst gut. Spiele werden schnell geladen und das In-App-Scrolling funktionierte tadellos. Etwas negativ ist mir der Vibrationsmotor aufgefallen, der sich nicht nach 600 Euro anfühlt und etwas klapprig wirkt. Der Akku ist ein weiteres Highlight dieses Gerätes, denn mit 4025 mAh ist er nicht nur ausreichend großdimensioniert. Dank VOOC Charge 4.0 wird er auch innerhalb von 20 Minuten von 2 auf 50% geladen. Voraussetzung, ihr nutzt dazu das mitgelieferte 30-Watt-Netzteil. Die Werte, die OPPO hier angibt, sind absolut realistisch. Im Alltag kam ich mit dem Smartphone bei normaler Nutzung, Whatsappen, bei Facebook vorbeischauen, eine Stunde Video oder YouTube schauen, auf eine Laufzeit von einem guten Tag. In meinem YouTube-Test bei 50% Helligkeit und Lautstärke im WLAN kam ich auf eine super Laufzeit von 16 Stunden. Der Fingerabdrucksensor sitzt im Display und ist optisch gelöst. Dabei sitzt er in einer noch angenehmen Höhe und entsperrt er das Gerät zuverlässig und schnell. Auch bei diesem Modell kann die Entsperranimation angepasst werden. Schön ist die Verwendung von zwei Lautsprechern, die einen richtig guten Sound abliefern und vor allem beim Filme- oder Serienschauen ihre Stärken ausspielen. Der Bass könnte allerdings etwas präsenter sein, bei 7,7 mm wahrscheinlich aber schwierig. Bei einer Display-Diagonale von 6,5 Zoll und Auflösung in Full HD+, sprich 2400 x 1080 Pixeln, kommt das Neo mit AMOLED-Panel auf eine gute Pixellichte von 402 ppi. Sehr gut, es sind aber Blickwinkel, Schwarzwerte, die Helligkeit und auch die Farbgebung, die in den Einstellungen von Gentle auf lebhaft gestellt werden kann, was mir persönlich besser gefällt. Des Weiteren gibt es einen nativen Dunkelmodus, Augenschonmodus und vor allem eine Bildwiederholrate von 90 Hz, die Inhalte über das Display huschen lässt. Ein richtiges Always-On-Display ist nicht vorhanden, aber es besteht die Möglichkeit, sich die Uhrzeit auf dem Sperrbildschirm anzeigen zu lassen. Es ist definitiv ein Display, das man sehr gerne anschaut. Oppo verbaut beim Neo fünf Kameras, vier auf der Rückseite und eine vorne. Die Auflösung liegen dabei bei 48 Megapixeln bei der Weitwinkel, 8 Megapixel bei Ultraweit und 13 bei Telefotografie, sowie 2 Megapixel bei einem Monochrom-Sensor. Die Hauptkamera besitzt dabei eine f1.7 Blende und ist sowohl optisch als auch elektronisch stabilisiert. Videos gibt es aber nur in 4K und 30 FPS. Abschließend bringt es die Frontkamera noch auf 32 Megapixel. Bilder bei Tageslicht sehen, zumindest was den Ultraweitwinkel und Weitwinkelbereich angehen, in 95% der Fälle richtig gut aus. So stimmen nicht nur Details, auch der Weißabgleich ist passend und die Farben werden recht natürlich wiedergegeben. Einzig im High Dynamic Range hätte ich mir etwas mehr erhofft. In den wenigen Prozent, wo die Bilder nicht auf Anhieb gut aussahen, haben sich Objekte meist bewegt, sodass sie nicht richtig eingefangen wurden. Weiterhin gibt es eine Telekamera, die bei zweifacher Vergrößerung immer noch gute Aufnahmen macht, bei fünffacher Vergrößerung jedoch an ihre Grenzen stößt und Bilder meist nur auf kleinen Geräten, wie zum Beispiel Smartphones, detailliert genug aussehen. Aber auch Bilder bei schlechten Lichtbedingungen bzw. Nachtfotografie sehen bereits in der Automatik gut aus. Im Nachtmodus werden die Bilder nochmals deutlich heller dargestellt und der Weißabgleich etwas optimiert. Videos können mit maximal 4K 30fps aufgenommen werden. Alternativ gibt es auch noch 1080p-Aufnahmen mit besonderer Stabilisierung. Bereits im 4K-Modus haben mir die Videos gut gefallen. Die Stabilisierung ist stimmig und Details kommen gut zum Vorschein. Allerdings war der Weißabgleich hin und wieder sprunghaft. Der Super-Steady-Modus bringt nochmals ein flüssigeres Bild zum Vorschein, jedoch zu leichten Nachteilen bei Schärfe und Details, sodass ich tatsächlich eher zu 4K und 30fps greifen würde. Bilder der 32-Megapixel-Frontkamera haben mir vor allem im Normal-Modus besser gefallen, da im Portrait-Modus die Trennung zwischen Gesicht und Hintergrund nicht immer optimal verlief und vor allem Haarspitzen nicht zu 100% abgegrenzt wurden. Insgesamt merkt man einen für mich doch deutlichen Unterschied zum Oppo Find X2 Pro. Das kostet allerdings auch einige hundert Euro mehr. Bei der Software gibt es Identisches zum Find X2 Pro, dem aktuellen Flaggschiff von Oppo. So kommt nicht nur Android 10, sondern auch ColorOS 7 zum Einsatz und bietet damit zahlreiche Einstellungen. Die Oberfläche läuft extrem flüssig und Eingaben werden 1 zu 1 umgesetzt. Schön fand ich zum einen das Benachrichtigungslicht, das beim Eingang von Nachrichten den Rand des Displays erhält, zum anderen aber auch die Personalisierungsmöglichkeiten bei den App-Symbolen. Unterm Strich könnte für mich die Oberfläche aber noch einen Tick moderner aussehen. Unterm Strich ist das Oppo Find X2 Neo ein solides Smartphone, das in allen Bereichen gute, wenn nicht sogar sehr gute Eigenschaften abliefert. So haben mir vor allem die Verarbeitung, das Design und das handliche Format gefallen, aber auch die Stereo-Lautsprecher und die Performance wissen auf ganzer Linie zu überzeugen. Bei normaler Nutzung kommt man auch mit dem Akku locker durch den Tag und auch die Kamera kann über allem gesehen gute Ergebnisse abliefern. Abstriche muss man eigentlich nur beim Wireless Charging machen und der Möglichkeit den internen Speicher nochmals erweitern zu können. Wer damit leben kann, bekommt unterm Strich aber ein wirklich gutes Smartphone-Paket geschnürt. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Testberichtes zum Oppo Find X2 Neo und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder Kommentar hinterlasst und vor allem bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!